einen wunderschönen guten tag meine werten freunde was geht und herzlich willkommen zu dieser kurzen langen reaktion ich weiß es nicht kommt davon wie lange das video von kartongi ist aber damit habe ich schon gesagt wir reagieren auf ein neues bestoff von fucking kartongi der geilste bestoffmacher den ich zur jetzigen zeit kenne und kurzer fun fact also nicht fun fact aber kurze sache noch jedes video das jetzt als reaktion kommt wird wie ich schon mit letzten weg angesprochen habe für die camera action zuschauer auf dem camera direct und auf dem hauptkanal kam mit anbekommen dementsprechend let's flipping go mit den action der titel ist vom tendus an alpha das leichter und ja ich würde sagen nichtsdestotrotz das hier war auch sehr interessant aus im trailer und ich bin sehr gespannt wie die beiden das haben wie die beiden ich weiß jetzt nicht wieso aber mir kommt da mir kommt da gerade Joe Biden in den sinn keine ahnung ich bin ein bisschen bisschen durcheinander heute weil ich habe immer noch halsschmerzen aber scheiß drauf mir kam Joe Biden in den sinn man glaube ich auch noch nie dass da wirklich zwei so aktiv daran mitgearbeitet haben hey geiles 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 neues intro das gefällt mir richtig ist nicht mehr so laut wie das andere und du kriegst nicht ein scheiß ohren taubheit dings ihr wisst was ich meine wenn du das intro hörst aber so vielen hermer brüdern können das belastung werden belastung was hat was hat das eigentlich für eine bewegung sein sollen hat das ein tanzmove sein sollen oder 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 was hätte das sein sollen mit der freig apropos halb guck mal das hier an ich kann kein japanisch ich weiß nicht was da steht im beste leben und hier ist es da kein was hat das wasser das wasser ist immer der 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 dinge sagt man immer der beste dinge für saß einfach schön japanischen flair optimal rübergebracht ich hab grad noch gesagt mal nicht ein intro mit fucking lautstärke und dann kommt er und macht diesen bro das ist doch jetzt ein scherz ich als fugu früber gleite wird schon passen aber nein nein auch ein geiler clip ja ihr wisst das ding in marios hose da ist wohl jemand ganz speziell unterwegs würde ich mal sagen ich verstehe aber es gibt auch leute die verstehen machen das ja auch schon länger wie das ding in marios hose ich weiß jetzt nicht aber das ist ja viel zu witzig gewesen leute das ist ja das ist ja das ist ja du bist du wut 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 Wow. Oh, doch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Du willst mich verarschen. Oder was? Das ist das erste Mal, dass ich das sehe, dass es jemand geschafft hat, das Tothaus zu verändern. Das ist Alpha. Das ist Alpha. Ey, aber ich glaube, ich selbst habe sie überhaupt noch nie gesehen. Ich habe oft so Fanhacks geschaut und ich glaube, ich habe sie noch nie gesehen. Habe ich jetzt? Zero. Zero erwartet. Dieses Level hat Kamek im Namen. Jetzt bin ich zu klein. Dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Aber Feuerbar. Feuerbar. Feuerbar oder Feuerbar. Wobei, das klingt auch genau gleich. Egal. Also, alles da, Coins. Yippie. Warum, 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 warum hast du da zwei Nasen hinzugefügt? Schaut es euch an. Ich bin glaube ich gerade mit meiner Facecam ein bisschen drüber. Ja. Hier, schaut sie euch an. Die zwei Nasen. So, wieder Facecam zurück. Perfekt. So. Pass auf, dass der, dass der Himmel so richtig schön rötlich ist. Wow. Auf Lava wechselst oder so. Das ist jetzt fast kein... Also, dieser Tod macht ja keinen Sinn, weil man kann nie auf die drauf springen. Also, wurde ja Sinn. Hä, wieso denn? Schlaf, Kämtlein, schlaf. Rema... Ich fühl Copyright. Ich... Scheiße. Wieder mal komplette Randomness. Einfach geil. Sagen, obwohl ich mich natürlich drüber aufrege. Nein, 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 nein Ich kann überall sein hier, also halt wirklich. Aber ja, also kommt zumindest schon mal. Hilfe, ich werde heimlich vergewaltigt. Das ist nicht gut. Halt's Maul. Leck mich. Äh, nein, danke. Nein, 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 danke. Ah, okay. Ah ja. Ich verstehe immer noch nicht Eier. Das knallt so krass rein jetzt. So was gebe ich mir hier um 3 Uhr nachts. Ich nicht. Ich nicht. Ah, Ludwig's Sack. Wow, macht er gegebenenfalls sogar. Was zur Hölle? Hä? Ähm, wo ist die Facecam von Domi hin? Wo ist seine Facecam? What the fuck? Die ist einfach weg. Ja, schau mal, die ist weg. Die war ja hier unten und die ist jetzt einfach gone. Die ist einfach weg. Gott. Scheiße. Der Typ ist, der Typ ist krank. Alter, der hat mich schon mal getroffen. Wie soll ich das schaffen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Welcher ist der richtige? Okay. Ein Treffer noch. Komm. Das packen wir noch. Komm, 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 komm. Oh, oh. Nein. Nein. Doch. Nein. Nein. Ich schmeiß dieses Gamepad auf den Boden, Mann. So, jetzt von Anfang an höchste Konzentration. Nein, sagte ich. Nein. Wieso springt der jetzt so hoch? Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Fuck. Ne, ich gehe heulen. Ich gehe heulen, wenn er mich umbringt. Dann gehe heulen. Jetzt. Verpöss dich. Der Part ist vorbei, Mann. Okay, warte, warte. Ich muss meine Tabletten nehmen. Ist der übergeschnippt? Zöhrt er gar nicht mehr auf? Fuh auf! Scheiße, 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 scheiße. Ne, ich glaube, ich glaube, das sollte die Monetarisierung darstellen. Aber ich glaube, das ist sogar erlaubt. Ich glaube, scheiße ist kein, oh, oder? Ist kein direktes Fluchwort für YouTube. Da das Ganze ja auch noch mit, äh, Dings, wie sagt man? Alles das braune Ding in der Toilette ja auch gilt. Und dementsprechend nicht direkt ein Fluchwort ist. Daher würde ich sagen, dass das gilt. Und deine Monetarisierung nicht wegnimmt. Scheiße, scheiße. Was ist hier los? Okay, jetzt kommt doch. So! Nein, Kartongi, dein Ernst? Du kannst mich nicht ständig recrawlen. Bro, nein. Ich hasse dich. Nicht. Einfach 500 Mal heftigere Flucht als von Willi Maker. Wird hier Willi Maker entthront? Ich bin doch nicht... Ja, nein. Ah. Na. Mh. Mh. Dass ihr da stirbt. Mh. Nein. Und dir kleinen Kekko, lass ich mich nicht mehr verarschen. Danke fürs Zuschauen, Leute, bei diesem Top-Hack. Ich freue mich auf mehr von den beiden. Das war Insane. Ja, genauso wie es auch Insane macht und Karton. Für dieses Hammer, Hammer, Hammer Best-Up. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht mehr weiter viel sagen. Ich kann auch so ein kleines Intro geben, äh, Outro dementsprechend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da unten, ein Abo. Und wie gesagt, wir sehen uns jetzt. Und bis dahin. Und ciao, ciao. Aya, Kami, Tendu. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.